Ja, abgesehen davon hat man auch nicht immer die Zeit, dann hier mal zu stehen und zu kommen, aber ich meine, rückwollte ich die Irren. Ich finde das faszinierend von dieser Geschichte, dass sie genau weiß, wie sie die Tonne zur Hand haben hat. Das kann ich jetzt versuchen, sondern weil es weder Griff sitzt. Ja, also wir haben die Tonnen die Tage sauber gemacht, hatten die komplett voll mit Wasser und wollten die dann umschützen, um die leerlaufen zu lassen. Und die sind sowas von schwer. Das ist Wahnsinn. Und wenn man überlegt, dass die das mit den Zähnen... Der Nacken, der muss eine unglaubliche Muskulatur haben. Das scheint schon heftig. Deshalb sollte man die wirklich nicht unterschätzen. Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt wird sich gewaschen. Jetzt wird sich gewaschen. Ja. Jetzt wird sich gewaschen. Ja. Jetzt wird sich gewaschen. Vielen Dank.